Hallo meine Freunde und willkommen zum 18. Kampf in der GPL Season 2, den ihr lieben Steve aka SuperFuntime. Wir kommen zur Teamanalyse bzw. wir fangen mit der Teamanalyse an. Wir sehen bei mir Skalabra, wieder mit dem Choice Scarf. Wir sehen Lushro King mit der Assault West. Wir sehen mein physisch defensives Mandibus. Wir sehen mein Krebotag, wir sehen Megabibor und mein physisch defensives Donphan. Bei ihm sehen wir Aerodactyl, was natürlich sein Mega ist. Pixie, X-Bud, Mew, Crocodile bzw. Ravigator und Panzer Aeron. Das einzige Pokémon mit dem ich hier nicht gerechnet habe war X-Bud. Ich dachte ehrlich gesagt, er nimmt... Na, wie nennt es sich? Er nimmt... Latios mit. Aber hat er nicht. Ja, wir sehen, dass mein Megabibor gut was machen kann gegen drei von seinen Pokémon. Drei davon sind schwach, zwei davon sind schwach gegen Unlicht, eins davon ist schwach gegen Gift. Das Pokémon, das mir hier am meisten Sorge bereitet hat, war Mega Aerodactyl. Aber ich dachte mir, okay, mein Donphan kann die Angriffe tanken, kann es mit Felsgrab verlangsamen. Und ja, fangen wir einfach an mit dem Kampf, denn das dauert mir hier sonst zu lange. So, der Kampf beginnt. Henn will mit dir kämpfen. Ich leade mit Black Lantern, er leadet mit seinem Panzer Aeron. Ja, mit seinem Panzer Aeron. Ich bin hier einfach auf den Hitzekoller gegangen, denn nichts in seinem Team kann den Hitzekoller wirklich gut abfangen. Er wechselt in Kingjaw, sein Mega Aerodactyl. Macht Sinn, wie wir gleich sehen werden. Der Hitzekoller... Hier hätte ich mir schon fast gewünscht, ich hatte Flammenwurf dabei, aber ich glaube nicht, dass ein Flammenwurf ein To-Hit-KO gewesen wäre. Mein Spezialangriff sinkt stark, damit muss ich quasi auswechseln. Und er nutzt die Zeit hier und geht auf... Soweit ich den Donphan gewechselt habe. Und der sich mega entwickelt hat. Ja, ich war mir hier nicht sicher. Entweder er roostet oder er wird angreifen. Bei beiden wäre Donphan die richtige Wahl. Und er roostet. Geht auf den Ruhrort. Dadurch hat er zwar immer noch ein bisschen Schaden genommen, aber nicht ausschlaggebend viel. Hier gehe ich jetzt auf Felsgrab. Er geht auf den Nassschweif, was mich überrascht hat. Er macht mir damit 102 Schaden. Das heißt, ich kann nach dem Überresten noch einen tanken, solange er es nicht irgendwie einen Min-Max bekommt. Er könnte, glaube ich, noch einen Felsgrab tanken. Aber dann wäre er relativ langsam und das will er nicht. Deswegen wechselt er hier aus. Geht hier in Panzer Aeron. Und ich bin hier nochmal aufs Felsgrab gegangen, denn ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Und ein verlangsamtes Panzer Aeron macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber hey, immerhin. Ich kriege nochmal Heilung durch die Überreste, was mich natürlich freut. Und habe hier jetzt nicht großartig eine andere Wahl, als auszuwechseln. Denn ich weiß nicht, was für Attacken er drauf hat. Gehe hier wieder in Black Lantern. Meine beste Wahl dagegen geht hier aufs Toxin. Habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber war seine beste Möglichkeit. Vergifelt mich hier schwer und ich gehe hier einfach nochmal auf den Hitzekoller. Hitzekoller hat hier jetzt noch 4 AP. 6 eigentlich, aber durch den Erzwinger von Aerodactyl habe ich 2 verloren. Er wechselt in Doom seinen Pixie. Und ja, Pixie ist ein Pokémon. Diese ganzen defensiven Feen-Pokémon sind einfach nur nervig. Wir sehen hier, das macht guten Damage. Und ich war mir hier nicht sicher, ob noch ein Hitzekoller ausreicht ohne einen Crit. Ich bin nicht davon ausgegangen. Wechsel hier Black Lantern aus und gehe stattdessen in Elisabeth. Und das war nicht unbedingt schlau. Ich glaube, wäre ich hier in Mega-Bibor gegangen und hätte einfach direkt die Mega-Entwicklung Poison-Jab gemacht, hätten wir uns hier eine Menge Zeit sparen können. Denn er geht jetzt aufs Gedankengut und wir werden sehen. Ich habe hier vorgespult. Ich habe das Tempo einfach mal verdreifacht. Denn, ja, das GPL-Meter in der Rückrunde ist vielleicht ein bisschen sehr Storly geworden. Ich gehe hier auf Psychoshock. Denn das ist der einzige Buch, der wirklich Schaden macht. Zwischendurch gehe ich auf Siedewasser. Weil mein Gedankengang war, okay, irgendwann wird er vermutlich auf Ravigator wechseln, um Psychoshock abzufangen. Aber tut er nicht. Er bleibt einfach drin, er heilt sich mit Weichei hoch. Und ja, deswegen weiß ich, ich kann einfach weiter auf Psychoshock gehen. Er geht auch auf Psychoshock. Hat vermutlich gedacht, ich wechsle hier einen Bibor oder so aus. Geht wieder auf Weichei. Weil ich hatte einfach auf den Kreb gehofft. Aber nein. Ich könnte zwar Weichei ausstallen, die AP, aber ich hasse dieses Rumgestall. Und hier bin ich jetzt zu low, als dass ich nochmal drinne bleiben könnte und muss deswegen auswechseln. Und das ist unglaublich schade, was jetzt passiert. Er ist schneller als ich. Er hätte mich einfach mit einem Angriff rausnehmen können. Und damit habe ich gerechnet. Und ja, er geht hier aufs Weichei und heilt sich stattdessen hoch. Okay, das ist kein großes Problem. Ich brauche Bam Bam hier nicht unbedingt in diesem Kampf. Ich habe immer noch meinen Don Phan. Hier ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, Toxin durch Sturzflug zu ersetzen. Und das ist sau ärgerlich, denn Sturzflug hätte mehr Schaden an den Pixie gemacht, als ein Fall Play. Okay, Abschlag war hier auch ziemlich gut drauf gewesen. Und wir werden noch sehen, warum. Wir haben uns nach dem Match noch ein bisschen unterhalten, haben wir noch miteinander geschrieben, ich und Steve. Wie man es gerne mal macht. Ich gehe hier auf Schmarotzer und möchte im Grunde nur noch, dass mein Mandy Pass drauf geht. Er geht hier auf Ruhrort, äh, ich darf Ruhrort. Auf Mondgewalt und ich werde nicht noch eine Mondgewalt tanken können. Hm, ich fühle sich defensiv. Ich gehe hier in Jim the Night und dachte mir, okay, ich outspeede das Ding. Und kann es als Mega-Bewor mit einem Gift-Heap One-Shotten. Das ist überhaupt kein Problem. Bye-bye, Pixie. Dann bin ich das Ding los. Wenn er Scamry reinstecken will, soll er doch. Und hier sehen wir, er hat die, was auch immer für eine Beere. Fängt das damit ab und kann ich mit der Graz-Sphäre und kann ich mit einem Schock rausnehmen. Unglaublich gut. Ich war nicht mal mad. Wie kann ich darauf mad sein? Das war unglaublich schlau von ihm. Er hat mir geschrieben, er wollte damit eigentlich Andrak rausnehmen. Aber andere sind nicht dabei. Wirklich Respekt. War sehr gut von ihm. Ich gehe jetzt in Kributak und hau mit der Wasserdüse drauf. Nehmt Schaden durch den Live-Orb, aber was soll's. Er schickt Joker rein und ich weiß, ich kann, ich bin nicht schneller als das Ding. Ich hätte vielleicht auf Drachenlands gehen können, aber ich weiß nicht, ob ich eine Mondgewalt überlebt hätte. Er zeigt mir hier, dass er speziell offensiv ist. Mit Donnerblitz. Und kriegt hier natürlich die Para. Warum auch nicht. Ist nicht wirklich ausschlaggebend für den Rest des Matches, aber ein bisschen nervig war das schon. Hier wechsle ich jetzt auf Wheelie, denn wenn ihr hier jetzt auf einen Psycho-Shot, Er kann mir mit dem Donnerblitz nichts anhaben, er kann mir mit dem Psycho-Shot nichts anhaben. Von daher ist Wheelie hier meine sicherste Option gegen ihn. Er ruft. Oh, tut mir leid. Oh. Er ruft es zurück, schickt hier stattdessen Gauner rein. Und ja, er dachte, dass ich die Choice Band Variante bin. Ich weiß nicht, ob er es immer noch gedacht hat, aber am Anfang dachte er es zumindest. Ich gehe hier einfach aufs Felskrab, denn wenn er gescavht ist, ist sein Scav jetzt quasi weg. Wenn er nicht gescavht ist, dann ist es minus eins. Und wäre er in Mew drin geblieben, wäre Mew halt langsamer geworden. Legitiert auf den Abschlag. Ist ärgerlich, weil damit mein Recovery weg ist. Aber, hm, was soll ich machen? Ich kann hier noch die Tarnsteine rauslegen. Ist ein bisschen sehr Late Game dafür. Aber, was sollte ich sonst groß tun? Ich kann dem Ding keinen Schaden machen. War zumindest mein Gedanke. Ich glaube, im Nachhinein wäre Erdbeben hier sogar die bessere Option gewesen. Bin mir aber nicht sicher. Ich schicke hier Star-Lord rein. Denn eine Wasserdüse dürfte ihm ziemlich gefährlich werden. Deswegen wechselt er auch aus. Und geht hier in Panzer Aeron. Und hier ist es jetzt ganz interessant. Ich glaube, hier haben die Tarnsteine mich sogar gerettet. Denn ich greife hier natürlich bei der Wasserdüse an. Mach ihm keinen schlechten Schaden. Und gehe jetzt auf den Abschlag. Der Abschlag hatte, glaube ich, nur eine sehr, sehr geringe Chance zu killen bei der Range. Ich habe nicht damit gerechnet. Und er auch nicht. Aber, der Abschlag nimmt Panzer Aeron raus. Und hier dachte ich mir jetzt, okay, du hast sogar noch eine Chance zu gewinnen. Du musst es nur richtig spielen. Aber ich habe vergessen, dass er noch Crocodile hat. Und das komische Crocodile. Ich dachte, das wäre schon weg. War es aber nicht. Da habe ich hier noch nicht lange gedacht. Hier schicke ich Elisabeth rein. Einfach um es zu death fordern. Weil ich sichern switchen in den Skilabra-Bauch. Und das ist ja effektiv. Ja, das ist es. Und was jetzt passiert, kotzt mich minimal an. Ich gehe in Skilabra. Und ich dachte eigentlich, er bleibt drinnen. Ich dachte, er bleibt drinnen, weil er ein Shadow Ball überlebt hätte. Tut er aber nicht. Ich hätte einfach auf Hitzekoller gehen müssen. Wäre ich einfach auf Hitzekoller gegangen, wäre es... Ich meine, dann hätte ich weniger Angriff gehabt. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem noch ein Crit landen müssen, damit es funktioniert. Hier hatte ich auch einen Special Death Drop gehofft. Ich glaube, das kann Special Death Drop. Der Spukball. Ihm kann alle Special Death Drop. Und er überlebt den zweiten Spukball ganz knapp. Was unglaublich ärgerlich ist. Deswegen sage ich hier, wäre ich auf Erdbeben gegangen mit Dawnpun, hätte es das jetzt nicht überlebt. Und ich überlebe seinen Erdbeben natürlich auch nicht. Und ja. Ich habe jetzt noch... Noch Krebutag. Er geht hier zwar am Life-Op Recoil zu Boden, aber das hilft mir auch nicht wirklich. Denn Krebutag kann gegen Mew nichts machen. Mega Aerodactyl wäre überhaupt kein Problem gewesen. Mew ist das Einzige, was mir noch im Weg steht. Ich weiß gar nicht, das letzte Pokémon. Stimmt, Crowbat. Crowbat wäre auch noch vermutlich ein Problem gewesen ohne Hitzekoller. Aber ja, wir sehen hier. Es macht so gut wie keinen Schaden. Und der Donnerblitz nimmt mich raus. War trotzdem ein schönes Match. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und Tschüss.